Herzlich Willkommen zurück bei Heroes of the Storm! Dann haben wir die Spieleinstellungen nicht gebraucht. Jajajaja, dann schlägt da das Info. Ah! Geil, ich glaube. Dann musst du die Grafikeinstellungen ändern. Und man kann ja hier schlechter aufhören. So, aber jetzt Konzentration auf den Kampf. Wie die Göttin gewünscht. 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 Hey, das ist nicht fair! Ich bin der Spieler nicht zu lange. Warum sind denn hier zwei unten? Achso, das ist der R. Verdammt. Teddy, Dingsbums. Hä? Voll das mobile Ward. Kennt die Wards? Wards von League of Legends? Oh, habe ich gerade Konkurrenz erwähnt im Spiel. Wuuuuh. Oh, nicht zu zögern. Ach, gehen. Gehen. Für eure Heilung gebührt euch Dank. Boah, ich mag den Hellenländer nicht. Hallo. Hallo. Ja, ja, ja. Mist. Hallo Genji, Genji. Vielleicht selber auch. Na, Hanna stirbt noch nicht. Er wirst auch nichts mehr. Diese neuen Talente werden euch auch nichts nützen Helden. Wir, Hanna, super. Der verleichter ist dann den Schaden. Ohne zu zöger. Ihr habt mich geheilt. Ich bin geheilt. Bei dem Heal ist halt schwierig, weil man ja auch angreifen muss und nicht nur einfach im Hintergrund steht. Weil wenn man nicht angreift, kann man relativ wenig ein. Für automatischen Angriffe. Ja. Oh. Ähm. Wie ist die Abflugzeit von... Von den Driegel. Ihr wisst also, wie ihr zuerst zu heilen habt. So. Jetzt müssen wir hier nochmal hoch. Hallo. Zack. Und hoch. Hä? Boah, Mann. Hätte ich schon das Abgeld für meine Eule, wäre das viel besser gewesen. Bisschen viel, oder? Mit Block und so. Bisschen viel Leute. Hm. Ok. Nimm die. Nimm die. Nimm die. Boah. Ich dachte schon, der nimmt das nicht. Dieser Kampf hat gerade erst begonnen. Ok. Ok. Aber es ist niemand da als nächster. Für meine Betäubung ganz still. Dann warte ich ja noch für zusätzlich. Ohne zu zögern. Das muss ich nehmen. Euer Ende nacht. Euer Feind hat mein Befehl. Ohne geleistet bald werdet ihr meine Macht spüren. Dann. Oh, sehr schön. Jetzt aber, komm. Ja. Geht. Ja. Der Zaun der Göttin treffe auf. Wir müssen natürlich nichts holen, wenn wir das jetzt gewacht haben. Ja. Wie die Göttin wünscht. Wir haben hier ein paar Probleme. Wir müssen wieder zurück. Wieso bin ich da? Wieso bin ich da? Wieso bin ich da? Ja. Ja, okay. Nein, du sagst vor. Ihr seid echt fiese böse Wächter. Ich heil zumindest mehr als Deckard. Aber Deckard heil ja in E-Game zu mitglied glaube ich. Wie ist der? Aber ich helfe ihm bei. Und ich helfe ihm vor. Nein, ich helfe ihm bei. Äh. Ich helfe ihm vor. Ich helfe ihm bei. Wir haben mich geheilt. Eine Weise entzünd. Ich helfe ihm bei. Eieieie Ich hätte doch mal ein Tierges machen können. Weniger Rüstung. Weniger Rüstung hätte ich noch nicht schauen. 100% zu fahren. Ich würde es nicht sagen. 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 Ihr wisst also. Ich würde es nicht sagen. Ich würde es nicht sagen. So. Haha. Diese neuen Talente werden euch auch nichts nützen Helden. Die Ultimate ist ja ganz gut eigentlich. Ich heil von Tarn auch noch von euch. Nein. Ich bin geheil. Meine Dank für eure Heilung. Gebührt euch Dank. Oh. Der ist gestorben. Hm. Ich bin jetzt nicht so gut. Ich ziehe mich zurück. Um später erneut anzugreifen. Ah. Glaublich oder? Wohl. Ja Gott. Ich bin schon viel draußen. Fast drüber. Weil. Huch. Ja. Also wir haben fast die Corsair. Die gesamte erste Linie haben uns vermichtet. Wir haben noch gar keine. Es ist Level 11 gegen Level 13. Das witzig ist. Ich habe ja vorher zwei Majors gemacht. Ich war ja hier zu berüben. Um aufzuminnen. Ähm. Ja. Die habe ich auch halb. Also. Ja. Läuft. Ihr wisst also. Wen ihr zuerst zu heilen habt. Wenn du siehst in das Spiel nur noch immer nach unten angekommen bist. Wir haben auch nicht hingewiesen. Aber ich bin auch ein Kino Einer. Guck mal. Er ist ein Kino Einer. Wir haben aber auch ein Kino Einer. und wir kommen nicht sicher her. Sieht ganz nach GG aus. Ne, da geht's auch. Ah, ernsthaft? Ich hab's ja noch jemanden. Die Bewegungsgeschwindigkeit... Okay, automatisch... Ich hab's ja noch nicht. Ich hab's ja noch nicht. Ich hab's ja noch nicht. Ich dachte, wir machen uns wieder den Dance-Move. Ach ja. Und sonst zu. Warten einfach auf das Unvermeidete. Dann werde ich schon wieder durchlaufen. Aha. Und meine Linger sind drauf. Trinkt aber nichts. Ja. Ja. Sehr gut weiter. Ich werde noch nicht ein einziges Mal unsere Pingen. Meine Frikadelle wird angegriffen. Aber die brauche ich doch nur. Hauptsache Pingen. Die nächste. Oh mein Gott. Was für ein lächerliches Game. Ich bin schon das dritte in der Reihe. Also schade, dass ich die ersten aufgenommen habe. Ich bin schon das dritte in der Reihe. Ich bin schon das dritte in der Reihe. Ich bin schon das dritte. Ich bin schon das dritte in der Reihe. 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 Aber auf jeden Fall Leute. Bevor ich die Folge noch beende. Möchte ich euch noch sagen. Für alle die sich das immer anschauen. Ich sehe es kommen ja auch nicht wirklich viele Likes oder so. Ja. Oder Kommentare oder sonstigen etwas. Und es wird auch nicht so sein. Es ist jetzt noch nicht so wie Overwatch. Dass es mein Hauptspiel ist. Das heißt. Stellt euch bitte darauf ein. Dass es bald. Nicht sofort. Aber bald. Oder irgendwann einmal. Ja. Dass diese Folgen. Unregelmäßig kommen. So als Let's Play Vandome vielleicht. Ja. Liegt daran. Ja. Es kommt halt unregelmäßig. Es kommt halt unregelmäßig. Wenn ich dann. Ein neues Let's Play natürlich habe. Was ich dann. Zu diesem Platz dann einfügen werde. So ist zumindest der Plan. Also ich wollte euch nur vorwarnen. Nicht dass ihr dann denkt. Oh Gott. Wo ist jetzt Heroes of the Storm. Nicht dass ich immer denken würde. Aber ich sage es ja nur. Ja. Denkt bitte daran. Kann jederzeit auch. Als Let's Play Vandome kommen. Anstatt als Let's Play. Könnt ihr jederzeit umschwingen. Und auch wieder zurückschwingen. Als Let's Play. Keine Ahnung. Wer weiß welche Ideen ich da noch habe. Äh. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Sorry die Musik ist aus wenn ich raustappe. Bis zum nächsten Mal. Euer Graphic Error. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020